Ich bin der scheiß Chefarzt der Chirurgie. Ich war der Chefarzt der Chirurgie. Ich glaube an die Liebe und dich und das hier. Du bist so wunderschön. Charlie! Charlie! Jetzt bin ich zwei Männer. Der eine liegt im Koma. Der andere ist unsichtbar. Du bist nicht seine Ärzte, sondern sein Rettungsanker. Ich werde deine Sinne anregen. Gefühle? Wow. Sie müssen wirklich mehr tun, wenn sie zu ihr zurück wollen. Wachen Sie auf. Ich weiß nicht wie. Saving Hope. By Passion.